Wir sind der RTV Basel und heute bitten wir Sie um Ihre Unterstützung. Nach einem erfolgreichen Wiederaufstieg freuen wir uns riesig, uns mit den besten Teams aus dem Land zu messen. Egal wo wir fahren, ob Winterthur, Schaffhausen oder Thun, wir werden alles für unsere Fahrer geben. Weil ein Auswärtspiel bereits vor der Anreise anführt, bitten wir Sie um einen Beitrag für unseren neuen RTV Bus. Mit dem neuen RTV Team Bus sollte unsere Mannschaft geschlossen und erholt am Spielort erscheinen. Und dann eigentlich in der ganzen Schweiz dafür sorgen, dass wir professionellen Auftritt anlegen und zeigen können. Übrigens, den Bus behalten wir nicht für uns alleine. Wenn wir den Bus nicht brauchen, sollen auch andere Vereine in der Region zur Verfügung stehen, um den Sport in der Region zu fördern. Und als Gegenleistung haben wir uns natürlich ein paar Sachen ausgedacht. Alle sind mitzusehen auf ibelieveinyou.ch Ganz herzlichen Dank einmal auf dem RTV Basel. Grossartige Sache. Merci für die Unterstützung.